Hallo und Willkommen zu Bullet Run, der zweiten Aufnahme mit mir und Gruffel. Und wir haben jetzt andersrum angefangen als vorher, warum auch immer. Wieso nicht? Ist ja egal. Es könnten Pink-Ausschläge kommen. Ja, weil Robin an seinem PC rumgefummelt hat. Ja, mit Skill. Ja, mit Negative. Auf jeden Fall sieht es ganz gut aus mit 3-3, das passt. 2-3. Was, 2-3? Oh, einer ist was. Na ja, gut, das war auch mal. Wir zwei gegen den Rest schaffen wir. Du bist unsichtbar bei mir irgendwie. Ich bin unsichtbar. Ah, nee, du bist unten. Ja, ich bin unsichtbar. Ich weiß immer noch nicht, wie man runterkommt. Es gibt ja auch nicht Tunneleingänge oder so. Nein. Nein, gibt es. Ich komme immer oben durch. Das wollte ich jetzt gar nicht wissen. Was hier hinten? Irgendwer. Ne. Nicht in der beliebten Kämpferposition. Stehen bestimmt alle noch am Startplatz rum, ne? Alle auf K. Ne. Alter, kommt einer. Der auf K. Da ist noch einer. Scheiße, ich habe Nachland verkackt. Äh, äh, äh. Idiot. Und ich muss verspotten. Oh, fuck, da ist einer. Ja, ich sehe es. Und wir haben ein Team mit. Wuuuuhh. Haha, Kielstieler. Ich hatte jetzt eben ein Schwein, dass der eine mich nicht mitbekommen hat. Weil ich stand direkt neben ihm mit zwei leeren Waffen. Schlecht. Weil ich hätte auch das Messer wechseln sollen, die ihn abstechen können. Aber naja, egal. War mir zu gefährlich. Sei doch nicht so plötal. Ja, genau. So wird es sein. Ein friedliches Ballerspiel. Alle stehen nur rum und gucken sich doof an, bis einer tot umstellt. Ha ja. Die MW3-Sucht, die Sven, ist erst so. Boah, jetzt dachte ich gerade, der ist hinter mir wegen der Map oben. Ne, aber er hat hier oben am Zaun gekämpft und dann mit der Tasten gestorben. Sind denn so Kack-Tunneingänge? Mensch, überall, beim Pool zum Beispiel und äh... Ja, den habt ich gerade gefunden. Ja, dann geh doch da rein. Halte oben, ist irgendwer. Ja, ein Sniper. Wuhu. Na und wir erledigen den schon. Ja, ja. Solange es nicht so ein Warnhitsniperzeug ist. Scheiße, da war ein und ich hab keine Granate. Fuuuuck. Ja, da ist immer noch einer. Habit. Tobi. Tobi. Bedeutung. Ein wunderbarer, Stefan Bialkreis. Kommt. Der wählt man noch hinterher. Nein, der lebt nach, weil der Duf ist. Tobi. Ja, die Dürungen tot und wasser. Komm, als Spruch der Papier. Dann hol dir ProBonte. Hab ich doch. Und ich nehme mir die Waffe. Ich habe jetzt eine MP5. Und ich sage die BIP, geil. Toll. Wunderbar Nimm dir doch lieber eine ordentliche Waffe, wenn schon einer rumliegt Die MP5 Ne, das ist Ich weiß nicht was, das ist Ich weiß nicht was du aufgesammelt hast Ich seh's ja nicht Also Ich hab keine Ping-Einbrüche Aber? Du kannst es dir bei mir angucken Ich hab mindestens 100 Mal getroffen Aber die Munition ging nicht leer Und gar nichts war Dann nehm ich lieber meine Na wenn die Munition nicht leer ist Dann hast du wahrscheinlich irgendeinen Leck Das hab ich auch manchmal Dann kannst du ewig ballern und rennst nur durch die Gegend Ja, das bringt nichts Das hab ich auch schon mal gehabt Bin jetzt grad eben wieder Weil da bist du dann nicht mehr mit dem Server verbunden so richtig Doch, bin ich, ich hatte einen Ping von 80 Hab ich jetzt immer noch Ah, geht doch, wenn ich aufnehme Okay Aber bei Bullet Run hab ich immer solche Ping-Ausbrüche Okay Ey, da oben steht einer Den hab ich gar nicht gesehen Ah, ich seh ihn Ey Hauptsache der eine redet an mir vorbei Wenn ich auf den anderen ziele Oh, 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 scheiße, nein Wo hat er sich versteckt, da hinten? Hinten im Eck Im letzten Eck Im letzten, okay Links Hä? Links Ne, der war doch vorhin hier Ach, dahinter Warst du beim Pool? Er hat sich dahinter gestellt Ah Scheiße Wo ist das für Draxvieh hin? Draxvieh Der wollte mich erschießen, natürlich ist das ein Draxvieh Ah, da Ich treff mich Dafür treff ich, das reicht doch Oh, oh Du hast schon genug Punkte Ja So komisch als ein Alper trifft mich nicht, aber ich schieße meine Pistole Kimbo Oh, oh, Kulia Kimbo Slayer Ach, Kimbo, scheiße Nein Weil du damit nicht zielen kannst, so dich auch nicht Ich kann damit genauso zielen wie mit einer normalen Pistole, aber trotzdem finde ich es nicht gut Imt ist es für mich nur eine Notlösung, falls, ja warum denke ich da eigentlich immer nie dran Weil ich es so selten benutze Eigentlich ist es für mich eine Notlösung, falls ich hier mal keine Munition habe Dann wollte ich eigentlich immer auf der Kimbo wechseln Ja, das hat man gemerkt, dass es bei dir klappt Ja, ich vergesse es dann immer Ich vergesse arbeiten zu gehen So Äh, nee, das darf ich nicht vergessen Ja Aber ich habe jetzt ja eh erstmal ein bisschen frei Zum Glück können wir viel aufnehmen Ja, aber generell ist mein Arbeitsrhythmus scheiße Tja Also, naja, prinzipiell ist er nicht scheiße, aber Vier Tage, zwölf Stunden ist so ein bisschen doof Hallo Das soll nix Hallo, zwölf Stunden pro Tag Das ist, also zwölf pro Tag Ja, das ist doof Ja Ja Ich dachte, vier Tage, zwölf Stunden In vier Tagen, zwölf Stunden Nee, das wäre gar nichts Ja Wäre das überhaupt arbeiten? Nein Es ist auch gar nicht laut, wenn man hier drüber läuft Nee, wenn ich schon Also ich gehe morgens raus und bin dann abends erst wieder zu Hause Nein, ich meine da drinnen Da ist es gar nicht laut, wenn man drüber läuft Na, ich habe ja die Ingame-Lautstärke runtergestellt Dass man das halt in der Aufnahme zwar hört, aber nicht so stark Hast du die nicht runtergestellt? Oh, mein Pink ist wieder over, da ich sause Das habe ich mir dann gestellt, noch mal nicht Irgendwie gewinnen wir Ich habe mir gesehen, der ist wieder over 9000 gewesen Deiner ist bei 156 Der von den anderen ist bei 250 Nee, jetzt ist meiner wieder bei 80 Also er geht auf die 80 zu Döner mit Fladenbrot Was willst du? Okay, da war keiner Ah, da steht einer Der ist AFK Kannst du auch nicht einfach irgendwo hin, wo es einer ist Der ist AFK Der hier Und der ist nicht AFK Vor allem alle im gegnerischen Team Persönliches Opfer, Persönliches Opfer, Persönliches Opfer Hä? Ja, weil ich die so oft getötet habe Aber das steht bei allen halt Boah, der versteckt sich hinterm Tisch Kaputt Boah, ist der schon fett, ey Ja, ich glaube, das ist jetzt auch nicht so spannend Wenn wir die ganze Zeit die anderen killen Das wäre spannender, wenn die anderen ein bisschen besser wären Oh Würde dich natürlich nicht freuen, ne? Nein So kann ich ein bisschen Punkte fahren Nur wenn du so vor mir erledigst Ich bin direkt hinter dir Ich sagte vor mir, also Ich bin hinter dir, dann kann ich dir den Clown Das ist super Leck Ich habe es mit den Clown So, jetzt wissen die, wo ich bin oder das ist hier ein bisschen fahrig? So, die sind eh da oben Da war nicht einer Natürlich, zwei waren da hinten Ja, da waren Hallo Kann ich schreiben Tom sagt Hallo Okay Ich sage jetzt auch Hallo, weil ich freundlich bin Hallo Scheiße Äh, natürlich immer wenn Ja klar, der ist da hinten hinter dem Bankstuhl-Dingens Ich habe sie, oder Ja doch, sie gefunden Oh Gott, was ist das denn für eine Sprache? Oh, ich habe keine Munition mehr Hier ist Munition, kannst du nachladen Ach, hinten beim Pool, oder? Ja Sie hat sowieso nur so ein Schmeistergerät Lass mich vor den Pool springen Ja Und wo ist hier der? Ach, da, okay So Kann ich nachladen? Ja, guck mal, die wollen, dass wir kommen Ja Aber das bringt denen nichts Ja, die verkackten trotzdem Ich sehe beide Ich sehe alle Aber die haben jemanden mit Level 28 dabei Das geht eigentlich Oh Gott Ich treffe nicht Hilf mir Ah, scheiße Scheiße Ja, die sind da Ja, ich bin ja auch hingegangen Ich habe nur ein Assist Auch das nicht Ja, und das ist reicht doch, dass ich trotzdem Punkte Ja, 15 Ja, ne, die Folge ist natürlich nicht Jochen Wenn er bei dich immer nur als Du was niederlich ist Ich frage mich, wo die sich gerade verkrümelt haben Ich lass sie mal kopp Na, wenn sie so noch kommen Da werden sie mehr kommen Da werden sie damit, die komische Tossi Kappos, ihr versteckt, als sie geschaffen hat hinten ist doch einer. Boah, wie lange musst du denn auf die draufballern? Wer ich? Nee. Boah, ich hab die eigentlich relativ schnell erledigt. Ich nicht, ich hab auch nur anfangs... Ich hab hier mal da, ich könnte ja mal... Hopp! Mal gucken, wie doof er jetzt rumsteht. Bumm! Wo denn? Ach, du weißt du... Weil er klatscht und anstatt das Klatschen abzubrechen... Nö, er klatscht weiter und guckt in meine Risse. Und auch klatschen. Ja, wenn ein Feind vor dir steht, dann brichst du das normalerweise ab. Ja, natürlich brich ich das ab. Und der ist in Luton und sieht mich nicht. Er hat aber nicht abgebrochen, er hat weitergeklatscht und dann hat er in meine Richtung geguckt und dann schlugen die Bomben auf seinen Kopf ein. Du kannst in jede Richtung gucken, wenn du klatschst. Wieso schreibt der nochmal Hallo? Was ist das für ein Bohnen? Weil keiner geantwortet hat. Hab ich doch. Boah, der hat einen Sniper, da geh ich runter. Nein! Scheiße! Wurdest du erledigt. Ja, der hat einen Sniper, oder auch nicht. Doch, der hat einen Sniper. Oder auch nicht. Der hatte einen Sniper. Wo ist er denn? Keine Ahnung. Ah! Da! Na toll, drei auf einmal. Von hinten. Tot! Tot! So muss man denn, ich bin Top-Spieler-Kind, ey. Ich hab alle drei auf einmal. Ganz toll für dich, ganz toll. Ja? Hast du Vereine gemacht? Ich hab jetzt auch Mortal. Ups. Kann ich das auch immer zeigen bei mir? Ja, kannst du machen. Du musst nur jemanden finden, wo auch ich... Ja, ich muss die drei Leute von vorhin finden. Ich will sie töten. Lass die drei Leute, die ich will. Hallo? Die sind da hinten. Ja, ja. Wer liebt die Camping-Abteilung? Ich mach was jetzt, ey. Camping und sonstiges. Klappt nicht wirklich. Wie, klappt nicht wirklich. Ich hab keinen getroffen. Aha. Was auch immer. Ja. Ach so, in... Ah, kann sein, dass die hier rausgerannt kamen? Nee. Ach, was weiß ich. Ist mir auch egal, wo die rausgerannt kamen. Aquarium, ich guck mir jetzt Fisch an. Ich tue es auch gerade, weil die Gegner sind ja jetzt nicht wirklich eine Bedrohung. Fisch? Die laufen dauernd in meine Kanone rein. Super animiert, der Fisch. Der ist die beste Grafik, ey. So, wo ist denn der große? Was dieses Spiel angeht, ist das schon ganz gut. So, wo ist der ganz große Fisch? Der muss ich auch zeigen, hier. Der Hai. Okay, der Hai ist echt schmierig. Ja, genau, bei mir steht die Nachlagen verkackt, aber der Pfeil ist genau beim grünen, der mit. Okay. Das denn nicht geht. Wo ist auch erstmal schaffend, ne? Da steht einer. Der Tommy-Tom. Hier stehen mehrere Gründe, nicht nur einer. Ich sehe aber keine. Ne, ich meine, generell, wir haben ja vier Gegner, also werden sie schon oberen rumstehen. Stimmt. Du müsstest bloß wissen, wo, dann kann ich mal ein paar Granaten halten lassen. Oder sie stellen sich einfach vor mir und lassen sich abknallen. War da ist einer? Ja, da war einer. Hallo. Vielleicht ist ja bei der Bühne wieder einer. Der hat nicht getroffen. Mal gucken, ob auf der Bühne einer stand. Nö. Ich glaube leider nicht. Schade. Komm, ich bin mit dem Tremot. Ich glaube, bei dir leckt es gerade wieder, weil du klingst extrem abgehakt. Verstehst du mich noch? Okay, schade. Ich glaube, Robin ist draußen. Ja, ich bin nicht gerade Look at my pain Naja, dein Ding ist bei 200 bei mir, das ging eigentlich Jetzt geht's wieder Aber vorher Okay Nein So, nein, hat mir mal ein Gegner abgeknallt Ich hätte ihn noch gekriegt mit meiner Pistole Ja, ich bin der Beste Warum, du hast weniger abgeknallt Ist mir doch scheißegal Guck mal, 59 zu 12 So, damit enden wir diese Aufnahme auch Ja Dann, ciao Robin Ciao